...auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagten Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann sollt Ihr Armee bekehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Was macht das an euer Person? Nein! Nein! Einer Person! Dieser Versager, dieser Schmerzen. Aber wir müssen auch da Eiskalt sein. Das war ein Befall! Linge, Linge, ich will zur Fazerbericht! Der Führer hat sich soeben erschossen. Der Führer hat sich soeben. Der Führer hat sich soeben. Der Führer hat sich soeben.